hallo und herzlich willkommen zum nächsten wieder auf meinem kanal neues format zu formel 1 2022 wir gucken uns an was hat code masters denn zu den strecken geändert neben den großen änderungen mit abu dhabi australien und so weiter schauen wir uns jede einzelne strecke an ob kerbs verändert wurden ein bisschen mehr auf realismus gesetzt wird ob da die auslaufzone richtig ist und so weiter wir beginnen in kanada das wird wahrscheinlich das erste streckenänderungsvideo sein deswegen sage ich jetzt einfach mal wir beginnen mit kanada und haben uns da schon vorab ein bisschen footage aus der beta genommen und schauen an was hat sich denn getan wenn wir auf den innenkörb schauen da hat sich gar nichts getan der ist gleich geblieben auch rechts die weiße auslaufzone wir kommen so ein bisschen vor dass dieser eine knick ein bisschen weniger ist aber das sind wenn dann minimal anpassung der kerb ist genau gleich da haben sie nicht viel gemacht wenn wir dann auf die nächste kurve gucken da ist in echt ja auch ein bisschen die schwierigkeit mit dem etwas höheren kerb und da kann man nicht mit der hälfte des autos drüber aber man sieht da hat sich nichts getan alles immer noch gleich crypto banden werbung haben sie rein gemacht anstatt dhl dann auch hier vom gefühl her ist es hier ein klein bisschen weniger aber riesen änderung ist das jetzt dementsprechend nicht auf der innenseite den innenkörb mit der roten fläche haben wir auch da haben sie auch nichts gemacht ebenso auf dem rechten kerb also man sieht kanada haben sie eher sporadisch gehalten haben sie nicht viele änderungen gemacht wenn überhaupt ob wir noch große änderungen finden hier auf der innenseite der sausage kerb den man leider leider auch volle kanne mitnehmen kann hat er auch hier im 22er gemacht und auch hier es ist halt einfach genau gleich also kanada haben sie dann dementsprechend wahrscheinlich einfach recycelt und gesagt okay so ist das ganze im 21 21 rechts der innenkörb ist auch hier exakt gleich da haben sie auch nichts gemacht von der auslaufzone von der bande haben sie natürlich auch nichts gemacht also kanada ist anscheinend eine strecke die wenig änderungen hat wenn überhaupt und jetzt ist natürlich die frage man hat es jetzt in der realen formel 1 gesehen haben sie die letzte schikane angepasst denn die ist in echt ein bisschen höher die autos springen da richtig drüber es ist nicht wirklich vorteilhaft da volle kanne drüber zu fahren und es ist ja auch nicht realistisch dass wir auf track fahren um die schnellste linie zu haben das kommt in anderen strecken noch mal sondern es ist ja auch nicht gut dass wir mit dem vollen auto über die kerbs drüber hauen das ist auch nicht realistisch im spiel geht es leider und die letzte schikane war ja da immer so ein kritikpunkt denn da konnte man immer drüber heizen ohne ende wir werden es auch im 21er sehen hier sieht man es da ist zwar ein sausage kerb der ist aber nicht wirklich hoch da hinten ist auch ein sausage kerb der ist aber auch nicht wirklich hoch und man kann fast komplett drüber fahren also ich glaube es geht sogar noch ein bisschen mehr und ich würde sagen wir gucken uns erstmal kurz die 21 linie an ja nimmt man eigentlich recht gut mit und jetzt gucken wir auf das 22er und sehen der sausage kerb ist immer noch da man kann aber immer noch brutal drüber fahren leider leider wurde da nichts angepasst auf dem linken kerb den lässt man fast ein bisschen stehen und den schwung besser mitzunehmen und bei der wall of champions haben sie auch nichts verändert wir gucken noch kurz auf die auslaufzone da haben wir im 21er hier den sausage kerb und hier mehrere sausage kerbs dass man hinten rum fahren muss und wenn wir ins 22er gucken ist hier auch der sausage kerb und da haben seine auslaufzone auch gar nichts gemacht also leider leider keine realistische oder keine realistischen anpassungen in kanada wir gucken uns in den nächsten videos natürlich auch die anderen strecken an erstmal danke fürs zuschauen und bis dahin tschau tschau